servus leute neues video auf youtube ich bin der jonas da ist max alter krank im hintergrund seht ihr eberbach wir sind heute eine kleine trail bike runde also ich zumindest in eberbach fahren ich habe mein replay dabei ist ziemlich rutschig wir sind schon zwei trails gefahren endlich mal wieder ein video von mir schon lange nichts mehr gehört aber ich habe bock wieder ein bisschen was zu machen dreht ganz entspannt mit max und wir sehen uns gleich beim ersten trail let's go viel spaß so erster trail für heute schon fast auf der fresse gelegen kleine max fährt vor jörgli muss sich konzentrieren jörgli, du hast erstmal fuß draußen gehabt beste leben ich weiß nicht wie der trail heißt mupfen du als bürgermeister musst mal kommentieren wie der trail hier heißt für die leute uah 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 oh Junge oh ist ja auch gar nicht sketchy hier Junge oah Junge mit meinem Reifen, mein Reifen ist einfach tot so, Freunde, zweiarmiger Bandit, schwarzer Trail hier in Eberbach macht aber richtig Bock hier oben zumindest wenn man einen geilen Hinterreifen hat also nicht so wie meiner gerade ich zeige euch den nachher mal Junge Boah, der fährt hier Highlines, okay machen wir das auch mal, aber das waren Steine drunter Sketchy Boah, Junge mal ein bisschen meine Fresse halten und mich konzentrieren Highland da kommt Trailbike ganz schön an die Grenzen, heute mit meinem Ripley unterwegs das hat trotzdem ein Wex ist außergeil vorne am Vorderrad, aber einen ziemlich toten Aggressor am Hinterrad und ja, dementsprechend viel Grip habe ich hier Max hat Visionsprobleme mit seiner Brille, die beschlägt so, und es geht immer noch weiter Alter muss man immer ein bisschen durch die so, wir fahren Woody diesmal habe ich auch geguckt, wie der Trail heißt und mich wieder reingefahren oh Gott, ohne zu wissen wie er heißt Teil 2 Alter oh Gott, sind da viele Wurzeln Hilfe oh Gott, sind da viele Wurzeln ah 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 oh oh 4 4 4 4 5 6 10 so so nächster trail alle Farben here come on oh oh Freunde mein Hinterrad überholt mich so krank heute der Reifen ist so durch ja mein Reifen Junge es ist komplett limit oh Freunde geil ja 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 so Leute schaut euch das mal an ich hoffe ihr seht es auf der GoPro der ist so ziemlich fritte und ist ein Aggressor also jetzt nicht der hochprofiligste Reifen richtig geil save me slick for a life oh Gott wo der hell alter alter oh 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 ja oh 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 Max, alles gut? Ich hab dir die Highlight oben verpasst. Scheiße. Ja, alles gut. Alles gut? Ja, ja. Alter. Ich hab ein bisschen Abstand lassen. Dass man hier nicht komplett stirbt. Hier ist schon gut steil und geht auch recht gut steil runter. Da will man eigentlich ungern stürzen. So. Nächster Trail. Oh, hier ist es ganz schön dunkel schon. Ich halte mal kurz an, weil Max ist nicht da. So Freunde, weiter geht's auf dem Trail hier. Ich bin mittlerweile alleine unterwegs. Der Max tut doch die Hand echt arg weh. Der ist jetzt mal die Straße runtergerollt. Schon einfach zu arg. Aber ich hoffe, dass da nichts kaputt ist. Max schreibt schon mal Healing Vibes für den kleinen Max in die Kommentare. Ein paar liebe Worte vielleicht. Da freut er sich bestimmt. Und ja. Mal gucken. Ja, das ist gut. ich hoffe euch hat das video mal wieder gefallen endlich habt ihr von mir mal wieder was gesehen schaut gerne auch auf instagram vorbei da kommt auch immer wieder was gerade und ja ich hoffe wir sehen uns jetzt demnächst wieder regelmäßiger ich habe auf jeden fall bock schreibt wie gesagt mal paar liebe worte für den max in die kommentare ich hoffe dass nichts kaputt ist aber ja die letzten trails hat jetzt die letzten zwei trails ist auf jeden fall nicht mehr mitgefahren genau aber das war es von dem video ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder und ich hoffe euch hat es gefallen und bis dahin macht es gut haut rein und viel spaß vom Radfahren